Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man so ein Papier eigentlich mit einem Laminiergerät richtig laminieren kann, damit dieses Papier danach einfach vor Wasser und Schmutz geschützt ist. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zum Laminieren gibt es jetzt die verschiedensten Modelle, doch alle Geräte funktionieren eigentlich relativ ähnlich, weswegen ich jetzt einfach mal eins der gängigsten hernehme, und zwar das Olympia A230. Zuerst einmal brauchen wir die richtige Laminierfolie. Diese gibt es nämlich in verschiedenen Stärken, und das kommt einfach darauf an, wie dick bzw. wie stark dein einlaminiertes Dokument am Ende sein soll. Normalerweise sagt man so zwischen 80 und 125 Mikron ist relativ okay, doch wichtig hierbei ist auch noch zu sagen, dass das Gerät hierfür natürlich unbedingt geeignet sein muss. Zuerst stecken wir unser Laminiergerät einmal ein, schauen, dass es auf Hot, also auf Heißlamination steht, und dann können wir es auch schon anmachen. Auf Cold wäre übrigens Kaltlamination. Hier ist der Unterschied, dass die Walzen nicht angewärmt werden, also die Folie wird anschließend nicht durch Wärme zusammengeklebt, sondern mit speziellen Folien und einem speziellen Kleber. Doch diese Methode ist normalerweise für die meisten Leute uninteressant, weswegen ich auf Hot bleibe. Wie wir hier bei Power sehen können, das Gerät ist jetzt an, es erwärmt sich gerade auf Betriebstemperatur, und wenn diese erreicht ist, dann leuchtet hier bei Ready auch ein grünes Lämpchen auf. Eine Geruchsentwicklung hier ist übrigens ganz normal, und bei manchen Modellen kann man, oder beziehungsweise muss man auch noch einstellen, was für eine Dicke von der Laminierfolie man jetzt in dieses Gerät hineingeben will. Denn dadurch wird die Temperatur auch nochmal etwas geregelt. Bei mir ist das jetzt nicht der Fall. Während sich das Gerät noch circa zwei bis drei Minuten erwärmt, schauen wir uns einmal an, wie wir das Papier eigentlich in die Folie hereinbekommen. Die Folie ist an einer Stelle zugemacht, bei mir ist es hier hinten, und an der anderen Seite kann ich diese nämlich auch schon ganz öffnen. Das mache ich jetzt einfach einmal, dann nehme ich mein Papier, was auf jeden Fall schmutzfrei sein sollte, denn jeder Schmutz würde jetzt natürlich dann mit einlaminiert werden, und dann setze ich mein Papier mal wirklich schön mittig hier in die Folie rein, und gebe es auch bis vor, bis zum Anschlag. Bevor wir mit dem Laminieren beginnen, nochmal kontrollieren, ob die Abstände hier außen zwischen Folie und Papier auch wirklich überall ungefähr gleich groß sind. Und dann, wenn in der Folie natürlich auch kein Dreck drin ist, können wir diese einfach einmal zumachen, und wir können mit dem Laminieren beginnen. Das Laminiergerät ist auf Betriebstemperatur, wie wir hier an der grünen Leuchte sehen können, und jetzt müssen wir unsere Laminierfolie einmal mit der geschlossenen Seite voran in das Gerät hineingeben. Ganz wichtig, die geschlossene Seite, nicht die, wo wir aufmachen können. Hierfür also mal schön mittig ansetzen, und dann so lange langsam hineingeben, bis die Walzen die Laminierfolie von alleine nehmen, und auch von alleine automatisch jetzt durch mein Laminiergerät hindurchziehen. Am Ende kommt das laminierte Papier hier hinten raus, es wird nicht mehr weitergeschoben, weswegen ich auch dieses jetzt einfach mal entnehmen kann, und zum Schluss überprüfe ich natürlich auch nochmal etwas hier außen, ob wirklich überall diese Laminierfolie schön geschlossen ist. Bei mir ist das auf jeden Fall der Fall, und somit haben wir jetzt auch schon unser Laminiergerät hier richtig angewendet. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch so ein Laminiergerät oder gleich mehrere Laminierfolien in allen möglichen Dicken und Größen zulegen möchtest, um einfach etwas Geld zu sparen, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markengestellung zu einem relativ günstigen Preis, und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert, und du musst nicht extra in ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Autosilien hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken, und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen, und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.